Hey ho! Wow, es ist dunkel. Besser. Nur ein kleines Update, was jetzt die Nachtschichten angeht. Wo ist die Kamera? Was die Nachtschichten angeht. Es war ja zuerst nur geplant für ein paar Tage, aber der Kollege ist jetzt für zwei Wochen krankgeschrieben. Ich habe es dieses Wochenende frei, dann mache ich aber recht viel mit der kleinen. Also es wird weiter holprig bleiben, da wollte ich nur Bescheid sagen. Und an dieser Stelle dann nochmal auf die ganz 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 vielen alten Projekte verweisen, die da sind. Also falls ihr die jetzigen bis zum aktuellen Stand durch habt, bzw. diese, die ihr mögt, einfach mal in den Kanal selber reingucken. Das machen ja die wenigsten. Die meisten gucken nur bei den Abos, was da gerade neues hochgeladen wurde. Einfach auf den Kanal selber klicken und dann unter Playlist da ist echt viel Zeug. Und sonst wünsche ich euch eine schöne Vor-Weihnachtszeit. Die ersten Leute fangen ja schon an, Sachen vorzubereiten und Sachen zu kaufen und all sowas. Und ich mache gleich den Laden zu und gehe schlafen. Bye bye.